Ob das nochmal was wird an den Märkten? Tatsächlich sind die Bullen sehr erschrocken, sehr ängstlich, nicht in bester Situation aktuell. Man hat nicht den Eindruck, dass hier der Kaufwillen extrem im Vordergrund steht. Gucken wir uns zuerst den DAX an. Wir hatten gestern noch angedeutet, Mensch, es gibt eine Chance auf eine Long-Situation. Guckt euch das nochmal an, so ungefähr sah das gestern aus oder die Tage haben wir mehrmals über diese Situation gesprochen, wo wir gesagt haben, Mensch, es ist doch wackerlich. Wenn ihr jetzt irgendwelche Zwischenhochs hier reißt, dann geht es nach oben. Jawohl, das ist eine super Idee. Allerdings muss der Markt auch mitmachen. Das hat er nicht gemacht. Er ist weiter nach unten gegangen und hat damit gesagt, du und deine Ideen, das lassen wir mal ganz tapfer sein. Nein, also lassen wir den Spaß mal weg. Es ist hier für viele ja eine ganz ernste Geschichte. Der Markt hat es nicht oder personalisieren wir das ruhig. Die Marktteilnehmer hätten eine Chance gehabt, hier ein durchaus bullisches Szenario rauszunehmen. Sie hätten allerdings sich auf den Hosenboden setzen und kaufen müssen. Haben sie nicht getan, obwohl sie charttechnisch alle Chancen sich erarbeitet haben. Aber solange sie es nicht ausführt oder umsetzbar machen, da wird das auch nichts. Also ihr seht, der DAX, er hatte den Versuch. Die Marktteilnehmer haben es nicht ergriffen. Und das ist ein eher schwaches Zeichen. Schlimm genug, wenn der Markt fällt, aber wenn der Markt ein Angebot bekommt für eine Long-Überlegung. Die Marktteilnehmer aber nicht sagen, das machen wir jetzt auch. Wir durchstoßen irgendwelche Trigger-Marken. Wieso sagen wir jetzt dazu? Also irgendwie, dass man sieht, dass der Markt wenden will. Aber er macht es nicht. Das ist kein gutes Zeichen. Also es bleibt weiterhin bei der Abwärtsseite. Zwischen Longs sind natürlich nach wie vor grundsätzlich okay. Aber das, was wir hier im 15-Minuten-Chart sehen, gehen wir mal ruhig auf 5 Minuten. Wir sind ja hier ein bisschen kürzerfristig auch mal unterwegs. Und das, was wir hier in Aufwärtsbewegung sehen, gucken wir uns das mal beim DAX an, was wir hier in Aufwärtsbewegung sehen. Das ist so der letzte Arm hier. Das war heute Mittag, 12.30 Uhr in etwa, das Tief. Ist das jetzt das neue, wir sind scharf auf kaufen? Mal's mit dem Finger mal nach. Hat man da wirklich, ja, es ist ein super Bullenmarkt. Viele sagen dann immer noch, wieso, was willst du denn, der Markt geht doch nach oben. Ja, aber für mich ist ja die Frage, ist das die richtige Richtung oder die falsche? Also wir sind hier, ihr seht das, so circa 100 Punkte hochgelaufen. Aber es ist die falsche Richtung. Warum falsch? Naja, weil die Marktteilnehmer es widerwillig tun. Das sieht man daran, dass sie sich jedes Mal wieder so erschrecken und dann die Wurst vom Teller ziehen lassen, nämlich in dem, oder das Salatblatt, muss man ja heutzutage sagen, vom Teller ziehen lassen und eben nicht mehr nur auf der Kaufseite sind, sondern gerne und schnell dann mal in die Gegenrichtung sich erschrecken lassen. Also ich bin nicht wirklich amused. Ich gehe davon aus, die Chancen, dass wir das Tief vom Mitte August noch mal durchstoßen. Das ist ungefähr 15.500 beim Future. Gehen wir noch mal auf den Index. Viele nehmen den ja auch. Also ich sage mal so, dass wir sogar das Tief hier bei 15.400, was haben wir, in etwa 60, also ich habe es jetzt nicht millimetergenau gemessen, dass wir das vom Mitte August noch mal durchstoßen, ich halte es für sehr realistisch. Und dann sind wir hier in der Zone, die wir ja schon seit Jahr und Tag ansprechen. Seit wann sprechen wir die an? Naja, wenn wir ehrlich sind, seitdem das nicht korrektiv war und der Kurs hier durch ist, haben wir von diesem Szenario gesprochen. Es scheint sich weiter zu materialisieren. Na gut, da müssen wir wohl durch. Also noch nicht richtig Kaufstimmung da. Es gibt also eher jetzt die abwartende Haltung. Soll man jetzt also Short gehen? Also für mich ist das jetzt hier alles aber auch kein Szenario für eine Short-Position. Ich weiß, das ist immer total unglücklich. Ja, Rüdiger, irgendwas müssen wir doch machen. Für uns gilt dann immer, naja, wenn es halt doof aussieht, mache ich halt im Zweifelsfall lieber nichts als irgendwas Doofes. Und das sieht halt nicht nach irgendwas Tollem aus. Also insofern, Zurückhaltung aus meiner Sicht ist hier durchaus angemessen. Ich bin also nicht glücklich, weder mit der Long- noch mit der Short-Seite. Tendenziell allerdings eher mit der Short-Seite in der Wartungshaltung. Gucken wir auf die amerikanischen Indizes und gucken wir, was da los ist. Man hat so ein bisschen den Eindruck, guck mal, Rüdiger, das ist doch hier ganz gut. Aber ihr erinnert euch, Teile dieser Aufwärtsbewegung sind ausschließlich durch den Kontraktwechsel. Wir haben am Wochenende, also jetzt am Freitag, Verfallstag, die Amerikaner stellen ihr Volumen schon eine Woche vorher um. Das heißt, handeln dann eigentlich nicht mehr den laufenden Kontraktmonat, sondern den nächsten. Also sprich nicht mehr den September, sondern schon den Dezember. Und das ist halt hier dieser Sprung, den man hier noch so ein bisschen sehen kann an der Stelle. Also alles nicht so wirklich toll. Und wenn ich mir jetzt hier so das Gewackel hier hinten angucke, das war das letzte Hoch. Und seitdem macht er genau das hier. Es gibt viele, die jetzt sagen, ah, der Markt ist so schwierig. Ich würde es mal so sagen, eigentlich ist der Markt eine ehrliche Haut. Also wenn man so etwas sieht, dann sagt einem doch im Prinzip schon die steilen Flanken in beide Richtungen, da ist keine Entscheidung gefällt. Und wenn die anderen sich nicht für irgendwas entschieden haben, wenn die anderen keine Begeisterung für eine Richtung haben, was mache ich dann? Kaffeepause. Oder irgendwas anderes. Aber dann nicht in diesen Markt dann investieren. Also seid dann auch zurückhaltend. Ich weiß, das ist für viele immer sehr ungeduldig, aber irgendwas muss ich tun. Nein. Ich sage das ganz häufig. Ich werde nicht fürs Traden bezahlt. Ich werde für Performance bezahlt an der Börse. Und wenn es halt doofer aussieht, wenn die Marktteilnehmer mir ernsthaft sagen, du, wir haben auch keinen Plan, dann stelle ich mich nicht hin und sage, ich weiß es aber besser, so machen wir es jetzt. Das ist ein bisschen undankbar. Ich weiß das Ganze, aber dann im Zweifelsfall eher sagen, halt mich mal zurück. Trotz alledem gibt es immer wieder mal Chancen zwischendurch. Aber man muss dann eben genau hingucken, wo diese Chancen sich dann eben zeigen. Und eine Chance könnte zum Beispiel so ein starker Anstieg sein. Der Teil gefällt mir super. Dann brauche ich aber etwas, was sich ganz klar als Korrektiv erweist und was idealerweise nach dieser ersten Aufwärtswelle irgendwo in diesen Raum reinfällt. Das ist eine Zeichnung, die ich immer wieder euch zeige. Also 38, 50, 61, 8. Korrektiv. Korrektiv ist entweder wackelig oder A, B, C. Und dann hat man entweder die Chance hier versuchen, aggressiv rein, wenn es hier eine Wendeanzeiger gibt. Wendeanzeiger können Wendekerzen sein oder Indikatoren-Settings oder eben diese Zwischenhochs mit der Erwartungshaltung, wenn das die erste Aufwärtswelle ist, dass die sich hier hinten nochmal wiederholt. Das ist jetzt Wiederholung. Das habt ihr von mir schon eine Million Mal gehört. Vielleicht nochmal ein kurzer Satz. Wann ist das die erste Welle? Naja, wenn es vor diesem Tief, also vor dem Startpunkt dieser Welle von oben kam, das haben wir hier im Moment. Also insofern, aktuell hätten wir die Situation, nehmen wir mal an, er macht das. Das ist keine Ankündigung, dass das so passiert heute. Wir haben keine Ahnung, ob das nachher so passiert. Aber wenn es so passiert, dann habe ich eine ganz gute Idee, hier mich eher auf die Long-Seite hier zu orientieren. Also, ihr seht das. Ich bin, sagen wir mal, total unglücklich. Nicht, weil ich nicht handeln kann, diese Märkte zumindest mal aktuell nicht. Aber das macht ja nichts. Dann kann man ja vielleicht was anderes angucken. Aber in diesen Märkten, die wir hier im Index-Update am Nachmittag uns angucken, da ist aktuell eben nicht zu holen. Das Schöne ist, ich habe Klarheit. Ey, lass mal die Finger davon. Ist das bei anderen auch so? S&P, genau das Gleiche. Im Nahkampf-Chart zumindest mal nicht wirklich was zu erkennen. Das ist Rumgeholze in beide Richtungen. Keiner hat eine Idee. An dem großen Bild hier übrigens hat sich dadurch nichts geändert. Die Erwartungshaltung. Vielleicht auch 31.000. Das ist schon ein hartes Brett. 31.000. Ich gehe noch mal einmal zurück. Das geht darauf zurück, dass wir hier den Anstieg hatten. Nee, das ist falsch, dass wir hier den Anstieg vor einem Jahr hatten. Einmal Korrektiv runter, einmal Korrektiv hoch. Warum Korrektiv? Ja, wegen der Überschneidung. Und jetzt hier irgendwie sowas noch mal runter. Das ist jetzt aktuell mein bevorzugtes Bild. Also jetzt shorten? Na, dann lass ihn doch irgendwie einen Hinweis geben, dass er jetzt short will. Irgendwie, dass er irgendwas bricht auf der Abwärtsseite. Oder dass er irgendwie Schub runter und sowas macht. Ist mir ehrlich gesagt lieber. Ich muss ja jetzt nicht shorten. Die Idee ist ja hübsch. Also, weiß ich nicht, ob ihr die hübsch findet. Aber sie ist nun mal ein Standardmodell einer Korrektur. Deshalb finde ich die schon angemessen. Aber ich hätte gerne, bevor ich dann das Geld in diese oder in eine andere Richtung investiere, dass der Markt auch sagt, ja, machen wir eben mit. Und dafür bräuchte ich eben irgendwie diese Hinweise. Und die fehlen mir hier noch. Und jetzt pauschal hier auf die Short-Seite, nur weil ich dieses Modell ganz hübsch finde, ist nicht mein Stil. Aber ihr könnt das natürlich anders handhaben. Ihr könnt ja immer noch sagen, na gut, probieren wir es halt. Wir shorten an dieser Stelle. Wenn ihr jetzt ein neues hoch macht, gehe ich notfalls raus. Dann habe ich das auf der Verlustseite, das auf der Gewinnseite, wird schon schief gehen. Mein Ansatz ist es nicht. Ich möchte erst noch, also die Idee ist genau mein Ansatz. Aber ich möchte, bevor ich hier pauschal irgendwie mal, ach komm, ich mache einfach. Ach komm, Trades sind meistens nicht so toll. Bevor ich das mache, möchte ich sehen, dass der Kurs irgendwo mit dem Schub dahin geht. Das finde ich schöner. Und deshalb die Erwartungshaltung. Mach mir sowas und ich mache diesen Schub eben mit. So, also ihr seht, diese Abwärtsseite, dieses übergeordnete Bild, weil viele immer verwundert sind. Boah, dann redest du von Long, dann redest du von Short. Naja, in dem großen Bild ändert sich jetzt nichts, auch in den nächsten Nachmittagen nicht. Da könnt ihr euch diese Videos sparen, wenn euch das nicht interessiert. Wenn ihr aber sagt, naja, aber ich möchte ja wissen, wann kann ich rein. Oder kann ich nochmal ein Zwischenlong machen, vielleicht Intraday-mäßig oder für ein paar Tage. Dafür ist es interessant, sich das kleine Bild hier anzugucken. Also quasi, was wir hier haben. Ob sich da noch was eben raus ergibt. Und im Moment muss ich sagen, ich sehe da nichts großartig. Das heißt, ich bleibe im großen Bild auf der Schiene vorläufig stehen. Ich muss allerdings fairerweise dazu sagen, zur Not dürfte er sogar nochmal einmal hier drüber gehen. Das wäre zwar nicht ganz so schön, aber das wäre immer noch möglich, dass das hier eben noch einmal da drüber geht und anschließend erst runter. Ich präferiere allerdings auch aus Zeitgründen, Sationalitätsgründen und was weiß ich, dass der Kurs jetzt eher zügig dann runter geht und nicht nochmal den Umweg macht. Aber das werden wir dann sehen, ob es der Fall ist. So, ihr seht hier auf Tagesebene, ich meine, das ist immer das gleiche Bild, was ich euch hier zeige. Da ändert sich ja jetzt nicht jeden Tag was. Also diese Abwärtsseite, das bleibt bestehen, unabhängig davon, ob ich jetzt sage, ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Für den Nachmittag oder die nächsten Stunden habe ich keinen Plan. Übergeordnet bleibt es bei den übergeordneten Ideen, die wir angesprochen haben, die ich nach wie vor für die Besseren halte, hier in dem Fall. So, und dann gucken wir noch den Nasdaq an zum Schluss. Der ist ja wenigstens noch so halbwegs dynamisch runtergekommen. Auch hier dran denken, weil das sieht so pseudomäßig cool aus, dass der so steil hoch ist. Der Sprung von da nach da ist fake. Das ist nur durch den Kontraktwechsel. Ja, die starke Abwärtsseite, die wir hier haben, zugegeben, ist allerdings auch latent überschneidend. Das heißt, sie ist zwar relativ zügig, aber der hundertprozentige Burner ist sie nicht. Hier ebenfalls die Erwartungshaltung. Boah, wir sehen nochmal das Tiefere da, 14.500, würde mich nicht wundern. Also ich bin noch nicht so richtig auf der bullischen Seite angekommen. Aktuell, zumindest mal in den nächsten Wochen, halte ich dieses Bild für das deutlich typischere, für das deutlich wahrscheinlichere. Und dann können wir ja da überlegen, ob wir es für Jahresendrallye nochmal anblasen und sagen, komm, jetzt sind wir noch die Allzeithochs, dann haben wir die auch weg. Das halte ich für realistisch, aber eben im Moment eher über den Umweg. Und deshalb jetzt kaufen, dann nochmal zugucken, dass der Kurs hier um 1000 Punkte runter geht. Ja, mäßig sexy, sagen wir mal so. Also das weiß ich nicht, ob das so richtig schön ist. Aber wer weiß, was tatsächlich passiert. Also ihr seht, ich eier auch nur rum, bevor ich euch dann noch ein Ohr weiter abkaue mit, ich weiß auch nicht genau, was passiert, würde ich sagen, nehmt diesen Gedanken mal mit. Und wenn es unklar ist, wenn ihr nicht erkennt, dass die Marktteilnehmer eine klare Meinung haben, überlegt euch, wie sinnvoll es ist, dass ihr eine klare Meinung habt oder ob es dann nicht am sinnvollsten wird. Also wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, dann warte ich, bis ihr euch geeinigt habt, dann mache ich auch gerne wieder mit. In diesem Sinne, euch an dieser Stelle erstmal alles Gute, egal wie ihr euch entscheidet, egal was ihr macht. Ich drücke euch die Daumen, dass es das Richtige sein möge und wünsche euch einen wunderbaren Tag.